Wie sieht deine Brille aus? Verplayt. Gutes Spiel, ne? You wish. Irgendwie sitzt meine Mütze jetzt schief, aber ich glaube, das ist okay so. Oh Mann! Ich glaube, es läuft. Ich bin bereit. Verplayt. Ja, ja. Die Hand drauf. Geh weg. Wo ist deine Hand? Ja. Hier, verplayt. Ich mache auch meine Brille runter jetzt, ja? Ja, danke. Ja. Geschenk. Stimmt's auch? Nein. Es war ein Backfisch. Das war meine. Aber das ist eine ganz spezielle Weihnachtskugel. Die ist lila. Nein, die ist rot. Die ist rot-silber. Und mit einem Hauch von Gold. Rot-silber als ob... Na! Na ja. Aber das war mein Punkt, oder? Aber ey! Aber ey! Gar nicht weit weg von Wilma! Das punkte sich an wie Wilma! Das war mein Punkt, oder? Oh, oh, oh! Zweig! 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 Was runtergefallen! Es ist grün! Grüner, grüner Weihnachtsbaum! Zweig! Plastik! Stefan, machst du bitte die Brille runter? Habe ich! Willst du kontrollieren? Nee, danke. Kontrollier kurz? Nein, das ist alles gut. Ich hau dir sonst ins Gesicht, weil ich sehe auch nicht. Ja, das riechst du mal. Ja. Ja, es... Es kommt immer dir. Stift! Äh... Zimtstange! Zimt! Aber ich habe vorher Zimt gesagt. Stange habe ich gesagt. Ja, mein Gott. Kriegen wir beide einen halben Punkt? Ja! Ernsthaft? Ja, aber das riecht echt gut. Ich kriege direkt Hunger. Gar nichts! Nuss! Mandel! Mandel! Oh, ich habe erst mal gar nichts gehabt. Stimmt das, es ist eine Mandel? Ja, na klar, es ist eine Mandel. Es ist eine Mandel. Oh, Mann. Wie viel? Oh. Ja, voll die Mandel. Ja. Äh... Kerzenhalter! Kerzenhalter für... an den Baum dran. Weihnachtsbaum, Kerzenhalter! Warum weißt du so, wie sich sowas anfühlt? Das ist die einzig logische Begründung. Ja, du bist schon ein bisschen älter, ne? Ja. Das ist die Erklärung. Ja. Ich bin sehr weise geworden über die letzten Jahre. Wow! Blametta! Das ist deprimiert. Stefan, das macht keinen Spaß mehr mit dir. Gibt es noch einen Gegenstand? Äh, Marienstatue. Jesusstatue. Äh, Maria! Jesus! Nein, das ist ein Hirte. Es ist ein Hirte. Es ist ein Hirte. Er hat so einen Hirtenstab. Aber das ist kein Hirte. Aaaaah! Aber das könnte auch ein Hirte sein. Oder? Ahne Stern. Stefan, Alter. Der riecht gut. Oh ja. Der riecht auch gut. Der riecht nach Weihnachten, ne? Mhm. Oh. Heißt du das eigentlich armes Stern oder heißt das armes Stern? Ich weiß es nicht. Ich war beeindruckt davon, dass du es einfach so schnell erraten hast. Weil ich war komplett lost. Ja. Weit davon entfernt. Weit. Sowas von. Ich war kurz davon, faul zu begehen. Weiter. Du wolltest schieben, ne? Ich wollte deins runterschmeißen. Weihnachtsmütze. Weihnachtsmütze. Nein, nein, nein. Socke, 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 Socke zu meinem Kamin hängen. Weihnachtssocke. Nikolaussocke. Socke zu meinem Kamin hängen finde ich auch gut. Es ist so ein Weihnachtstrumpf. Ist da was drin? Doch, da ist was drin. Du musst richtig nachgucken, Stefan. Warte mal, ich... Warte anders. Nee, du guckst nicht richtig. Warte kurz. Moment. Ja? Jetzt? Ja, ja, ja. Oder? Gut. Ich sag mal drin, ja. Stern, Stern, Stern. Sternspitze. Äh, Geschmützensschmuck. Nein, das ist auch so ein Weihnachtsschmuck. Nein, das ist auch so ein Weihnachtsschmuck. Nein, das ist auch so ein Weihnachtsschmuck. Nein, das ist auch so ein Weihnachtsmarm, aber so ein Stern. Zum Aufhängen. Weil du fühlst so auf der einen Seite den Aufhänger. Ja, stimmt. Ja, mit links ist nicht so einfach. Ja, stimmt. Du warst auch verletzt, ne? Ja. Hab ich gesagt, dass ich verletzt war, ja. Lichterkette! Oh, das geht aber für uns beide. Nee, das war so unisono. Nein, nein, nein. Das war so unisono. Bernd wird da nochmal den VR einschalten und er wird sehen, dass mein Mund das schneller gesagt hat. So, hast du sie schon an? Ja. Hast du nicht. Stimmt. Dann gibt es einen halben Punkt für uns beide. Ich hab sie als erster angemacht. Okay. Wie leuchtet sie denn? Welche Farbe? Das ist warmweiß. Ja, ich spür's. Es weihnachtet sehr. Ja. KERTE! So, eine sehr kurze Kerze. Ich glaube, das ist die kurzeste Kerze, die ich immer... Die kurzeste oder die kürzeste? Die kürzeste Kerze, die ich immer gefühlt habe. Aber es könnte auch die kurzeste sein. Ja, sie ist so kurz, dass sie fast schon wieder kurzeste sein kann. Dass sie kein Ü vernimmt. Die ist am kurzesten? Ja. Die am kurzesten erfühlteste Kerze? Ja. Erfühlteste? Ja. Das ist... Wo ist eigentlich der Kerzenhalter? Den hab ich doch da hingekleppt. Der kommt jetzt als nächstes. Achso. Kann man den nicht... Ja. Das ist satt. Hä? Wow. Das ist ja mal ein... Ah! Ah! Ich weiß es! Ich weiß es! Das ist Zitronat und so für einen Stollen. Das sind so diese Zitronellas. Wie heißt das denn? Dieses getrocknete Zitronenzeug, was in so einen Stollen reinkommt. Du bist einfach verrückt. Wie? 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 Ich muss mir das kurz angucken. Wow. Hab ich doch gesagt. Wow. Sieht auch ein bisschen aus wie Gurke. 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 Zitron... Hab ich doch als erstes gesagt. Zitronat. So nehme ich, ne? So fühlt man heutzutage. Echt, ja? Das ist, weil ich mit verschlossenen Augen meistens backe. Hm. Ist dir so langweilig? Nee. Willst du ein bisschen was von mir? Komm. Hast du noch mehr? Ja, ja, ich kann ja auch. Du bist aber so pur gar nicht als Essen, ne? Das muss man wahrscheinlich zuerst backen. Ich weiß gar nicht, was das ist. Ich würde fast sagen, das war fantastisch. Und... Engelkappen.